Das Forum of Inspiration, das ist der Marktplatz für Ideen. Hier kommen die Mitarbeiter von Schäfflern aus den verschiedensten Bereichen zusammen und bringen ihre Ideen ein, um dann später aus den Ideen Innovationen zu gestalten. Die Idee dahinter ist, dass das nicht isoliert erfolgt, sondern dass jeder die Möglichkeit hat bei Schäffler aus den verschiedensten Bereichen, sich hier einzubringen. Das Wichtigste bei Innovationen ist immer der Beginn, eine Idee zu haben, aus der man dann ein marktfähiges Produkt gestaltet. Gerade im Zeitalter zunehmender Digitalisierung, Augmented Reality, haben wir sehr, sehr viele Themen dazu und auch aus verschiedenen Ländern. Das Wichtigste bei Innovationen ist immer die Möglichkeit,